heute bin ich wieder da jetzt machen wir einzelspieler mission verdächtige lücke das heißt verdächtige lücke bedeutet leute hier leute die hier sind komplett fallen ja diese bereich sind fallen voll ja seht ihr irgendwie komisch aus armeen fallen sind da wo greifen wir jetzt an wir greifen jetzt mal gucken wo wir jetzt angreifen taktik muss gemacht werden ohne taktik kommt ihr nicht weiter leute irgendwie haben diese entfernt um spezial anheiz schutz meine leute das ist halt so frechheit meiner nach dass man so welche leute hier einfach rumschickt obwohl das nicht stimmt königin ist sofort tot weil königin hat ihr eigene gehirn verloren das ist halt systematische sache leute man muss hier gut kämpfen man muss hier schlau sein wie ihr seht alle bombardieren überall kommt bomben überall kommt fishek überall kommt silach überall kommt irgendwas wie ihr seht ich habe schon meine beute geschaut was ich haben wollte und dann wird das immer so knapp und das war's das war's das war's das war's das war skandaldorf aber ich habe meine beute genommen leute das war knapp ihr muss genau so machen wenn ihr hundert posten schaffen wollt dann muss die andere taktik besuchen ciao leute